Wir suchen einen Ausbildungsplatz, dann zeige ich euch jetzt das Silo aus Sandruthberg-Klinikum in Pforzheim. Komm mit! Hi, ich bin Jennifer, Auszubildende zur Pflegefachfrau im dritten Ausbildungsjahr. Und ich möchte heute mit einigen Vorurteilen aufräumen. Wie ihr seht, gedankt an meine Arbeitsteilung muss mir schon mal keine machen. Durch abwechslungsreiche Einsätze in Krankenhaus, ambulante Pflege und Altenpflege bin ich am Ende ein echter Allrounder. Und mit dem Vorurteil, in der Pflege würde man schlecht verdienen, kann ich aufräumen. Es ist nämlich einer der bestbezahltesten Ausbildungsberufe. Uns steht immer ein Praxisanleiter zur Seite, der uns unterstützt, Fragen beantwortet und seine Erfahrungen mit uns teilt. Wir werden nie alleine gelassen. Unsere Lehrinhalte sind abwechslungsreich und vielfältig. Ja, im Notfall muss der Kaffee warten und wir flexibel und schnell handeln. Toll, dass ihr mich heute begleitet habt. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald. Ja, unser Lehrinhalte. Vielen Dank.